Es folgt nun der Ausmarsch der Truppenfahne. Ich bitte Sie, sich dazu von Ihren Plätzen zu erheben. 5. und 6. Inspektion, Stillstand. Zum Ausmarsch der Truppenfahne, Augen rechts. 6. Inspektion, Stillstand. 2. up! Mal! Musik Musik Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, die Vereinigung und das feierliche Gelöbnis der Rekrutinnen und Rekruten der Marienoperationsschule sind hiermit beendet. Im Namen der Marienoperationsschule darf ich mich ganz herzlich für Ihren Schein bedanken.